Lasst einen Like da, lasst einen Abo da, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, dann kommen wir in einem neuen Video und ihr könnt um diesen Text lesen, heute geht es darum, das Derby von Italien, das ist nicht ein normales Spiel, wir machen FIFA 21 mit dem AC Mailand und Inter Mailand, das ist das Derby von am Morgen Sonntag ist das Derby, 15 Uhr kommt diesen, am 15 Uhr ist diesen, und wir machen es nicht normal, sondern wir machen Überraschungsball AC Mailand gegen Inter Mailand, also das heisst Derby Italien AC Mailand und Inter Mailand und hier könnt ihr es sehen und Dribble Boost, das heisst Dribble Boost, also Dribble Boost heisst richtig schnell und ja, AC Mailand und Inter Mailand haben gleich viele Titel geholt, AC Mailand 18 Titel und Inter Mailand auch 18 Titel, ja, das ist ein richtiges Derby Spiel und Link in Beschreibung ist mein Insta-Namen, dort könnt ihr mir gerne folgen, ja. den ersten gegen den zweiten, das ist sogenannte ein Derby, es ist auch ein Derby, am Sonntag 15 Uhr in AC Milan, die beiden gleiche Stadion, ja, es ist einfach nur, schreibt mal hier mal in die Kommentare, wer wird gewinnen morgen, Inter Mailand oder AC Mailand, wer gewinnt, schreibt mal hier unten in die Kommentare, und diesen Video kommt morgen, und 1 zu 0 für mich, Inter, Inter führt 1 zu 0, Inter 1 zu 0, also schreibt mal in die Kommentare, wer wird das Match gewinnen, AC oder Inter, Dribble Boost, Inter führt 2 zu 0, und wir müssen jetzt, Inter führt 2 zu 0, das ist, das sieht nicht gut aus, hier, ja, ja, man bekommt man 2 Tore, wenn man einen Dribble Boost macht, das heisst, der Ball läuft anders, seht ihr diesen Strich, Gelbe, Überraschungsball, so, ja,